Musik 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 Ich muss niesen. Moment. Ich muss niesen. Moment. Ich muss niesen. Moment. Ich glaube es ist nicht passiert. Nein. Alles klar. Und was ist hinter dieser Tür? Ein Zonk. Willkommen zurück ihr Leute. Eine Kiste. Warte mal. Ich hab die Karte da auf. It's a... What is in the box? Ich hab ne vage Vermutung was in der Box sein wird. What is in the box? Da liegt nichts. Außer Spiegel. What the hell? Die Isha hat nur ein größer. Eine Trommel. Naja. Welp. Taekono Tatsujin. Ach guck mal und da sieht es aus als wären... hätten wir immer Platz für zwei Leute gewesen. Oh shit boy. Oh man ich vermisse Taekono Tatsujin so sehr. Ich hab überlegt ob ich mir das spiel bei Amazon. Okay. Are you ready guys? Jaaaas. Pray. Pray. Pray for me. Jaaaas. Sequenz. Japano. Ja Leute. Japanisch. Please. Ah. She is going. Be alive. No 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 no. Get her. Oh. Oh. Weil ich glaube sie ist eigentlich eine Stütze. Sie hätte eigentlich eine Stütze werden. Oh. Oh. Reverse. Was? Oh. Sie hat eine tiefe Stimme. Nein. Nein. Bis zum nächsten Mal. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Nein. Was? W- 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 Okay. Hä? Boah, sie ist voll blass. Oh, boah, die dicken Poops. Sorry, ich war so auf die Boops fixiert. Alter, sie sieht aus, als wäre sie schon tot. No, it's not. Oh, no. Oh. It's her, oder? Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall fight, Steffi. Oh nein, ist es Hisoka? Oh mein Gott. Nein, ich will sie nicht campen. No, I don't wanna fight her. I don't wanna fight her. No, I can't save her. It's okay. I can't save her. Can you though? I can. Can you though? Baby, where you at? I'm gonna save you. I'm gonna save you. Oh boy. There's no fucking way you will die. No. I think she's already dead. She is not dead. I think she's dead. She is not dead. I think she's dead. Stop playing with me. That's not funny. Hisoka? Stop it. Right now. Ich muss sagen, wir hatten es ja jetzt auf die Panik gestellt, aber weil wir den Fernsehen immer so leise machen müssen, kaum was verstanden. I don't fucking care. Aber ich wollte nur damit sagen, dass ich mich freue, wenn das released wird, damit wir die Stimmen besser verstehen. Hisoka, stop playing. Wenn sie so wiggly ist, kannst du sie doch nicht treffen. Stop playing around. It's not funny. It's not funny. Stop it. Vielleicht war es ja auch nur ... Es ist nur eine Fata Morgana. Es ist nicht Hisoka. Vielleicht ist es gar nicht. Ja. Es ist nicht Hisoka. Ich meine, sie sieht ja aus wie die Ische, die wir in diesem großen Ohnensaal schon mal bekämpft haben. Kann sie mal aufhören, so rumzuwickeln? Nein. Kannst du dich mal fokussieren, bitte? Das ist annoying. Weil du kannst sie erst abschießen, wenn sie dich mehr wiggelt. Aber ich glaube, sie wiggelt erst dann nicht mehr, wenn sie dich angreift. Warte ich mal. Ah, jetzt. Ah, jetzt. Jetzt kannst du. Oh, wow. Fuck off. Sie kommt. Wow. Hat sie mich getroffen? Ja. Shit. No, no. Kannst du mal ganz kurz ins Menü gehen? Sofort. Yes. Ja. Nein, kann ich nicht. Jetzt. Äh, Gegenstände und Dokumente. Ah, nee, zurück. Zurück, zurück, zurück. Zurück. Ja, warte. Äh, Kamera. Äh, nee, Fotos. Entschuldigung. Jesus. Fotos. Und jetzt. Du hättest es gespeichert haben. Ja. Mach's mal groß. I can't tell. No, I can't tell. He's sogar im Sarg. I can't save her. It's not over. Fuck you. No, it's not happening. Fuck no. No. Fuck no. Ich hoffe, ich hab die Option, mich selbst umzubringen dann. Nein, es gibt ja verschiedene Enten. Ich mein, die haben sich ein Versprechen gegeben. Don't break it. Wo ist denn das ein Schnappschuss mit nur 100? Äh, ne, weil du hast nur ihre Gesichter fotografiert, glaub ich. Die da immer so rumschwirren, weißt du? Man. Stop it. Ich glaub, sie weint oder so. Hörst du das so im Hintergrund? Du bist nicht zur Stütze geworden. 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 Nein. Vorsicht, da ist noch eins. Woah. 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 Oh shit. Wie sie dich will. Ja, of course, sie will sie mich. Bin ja auch Yuri. Bin ja auch Yuri. Wo ist das andere Ding? Da. Vorsicht, sie fliegt auch da heftig zu. Mann, sie sieht so schade. Nein, du bist nicht tot. Nein. Ich will das nicht so. Was soll denn das? Ich hatte nicht mal die Chance, diesen Pfad irgendwie zu ändern. Vielleicht hattest du die Möglichkeit, aber wir haben sie nicht richtig wahrgenommen. Was hätt ich denn machen sollen? Ich weiß es nicht. Man kann das ja immer so schlecht, ähm. Es ist nicht das Ende, das ich will. Ich meine, wir können ja letzten Endes, ich meine, wir sind ja jetzt kurz vorm Ende Aigese. Das heißt, sobald wir das Ende haben, kann ich erstens, weiß ich, was hab ich gesagt? Neun verschiedene Enden oder so gibt es für das Spiel. Das ist bullshit. Und dann kann ich halt gucken, erstens welches Ende wir haben und wie wir das hätten beeinflussen können. Aber guck mal, es sieht so aus, als wäre ihr Gesicht gar nicht richtig auf dem Kopf drauf. Siehst du das? Shit. Hör grad drauf. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der schreit. Lass mich extra treffen, Alter. Vorsicht. Nein, weil es sieht teilweise so aus, als wäre ihr Gesicht einfach nur so drauf gewiggelt. Oh, schieß close. So gut. Vorsicht. Goddammit. No. No. Ich hasse Spiele, die mir mein Ende versauen, Alter. Mach die Kamera auf, Frau. Frau. Warum konntest du nicht? Jetzt. Abgeladen. Mach mal, come on. Tja, also. Das war's, womit ich sie kam. Mann, ich bin grad mehr sad, als dass ich jetzt irgendwie über dieses Scheißspiel reden könnte. Ja. Und deswegen rede ich darüber. Ja, well. This is bullshit. I guess he's so kind of dead enough. No, she's not. Like, du kannst mich doch nicht das ganze Spiel über sie suchen lassen und mir nicht mal die Möglichkeit geben, sie zu retten. Das ist fucking... Vielleicht hatten wir die Möglichkeit. Hatten wir nicht. Wann denn? Ich hab alles, ich hätte alles gemacht, um in die richtige Richtung zu lenken. Ja, aber vielleicht hast du's nicht gemerkt. Ah, fuck that. Hm. Nimm deine blöden Bälle weg. Ich mag die nicht. Ja, Balls. Oh, 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 oh. Nicht von hinten. Vor allem, voll sad eigentlich, dass sie dich angreift. Ich mein, wenn es wirklich hieß, warum greift sie dich an? Eben. Sie sagt ja, ich soll gehen. Ich würde mich nicht so vertreiben. Mann, nimm deine verfickten... Oh, Entschuldigung. Deine scheiß Bälle da weg. Ich will die nicht. Oh, laden schneller auf. Schneller aufladen. Okay. Alle weg. Besserer Film. Wow, wo will sie denn jetzt hin? Vorsicht, sie kommt. Ja. Zu close. Ja, jetzt ist natürlich das Problem, wenn die irgendwas im Hintergrund labern, dann ist es japanisch und wir verstehen kein Wort. Ey, der Untertitel ist trotzdem noch Englisch. Ja, aber ich meine jetzt zum Beispiel, wenn die Geister immer so weh... Wenn die Geister so wehklagen, das haben wir ja dann immer nicht richtig... Ich hab so einen mega krassen Tropfen gerade auf das Meepad hinterlassen. Natürlich hast du das. Vorsicht, da kommt noch einer rechts. Vorsicht, er fasst... Du hast ihn... Ja. Shit. Vorsicht, er hat... Man kann die mal aufhören damit. Das ist ja nervig. Lade auf, lad auf, lad auf. Oh, du hast sogar... Oh, du hast diese... Oh! Und sie kommt noch ins Bild so... Hey, ich fahr auch noch mit raus. Selfie! Versuch auch immer eins zu machen, wenn sie eins released. Dann kann sie nicht alle vier gegeben. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Was ist das? Was macht sie denn? Ja. Mich ärgern. Shit. Shit. Oh, sie droppt... Is she dropping again? No... 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 Stop! I can't see it. Doing that! Holy shit! Oh, well, she will be annoying, bitch! What the hell? Stop it! Ja... Bitch, fuck up! Oh fuck... What the fuck are you doing? Ja, look at my head. Das ist mir so viel Weihwasser. Ja. Wow. Das war eine Menge Haare. So viele Haare hat Hisuka gar nicht. Eben, das ist nicht Hisuka. Die hat nicht so viele Haare. Zumindest ist es nicht so lang. Woa. Ich will ein Bild nehmen. Oh. Wieso? Kann sie berühren? Oh nein, jetzt sehen wir bestimmt, wenn sie stirbt. Es ist nicht du. Oh, dad. Ist das Hisuka? Sieht so anders aus. Oh! Oh! Es war irgendwer anderes. Es war nicht Yudi, es war auch nicht Hisuka. Wer war das? Es war irgendeine andere Ische. Ihre Tochter? Ja, keine Tochter. Aber irgendwer, der... Oh, das war, glaube ich, irgendeine andere, die sie ausgebildet hat. So einen Schatten gucken und so ein Shit. Ich kann... Sie sitzt da. Wahrscheinlich mit dem Klienten. Ja, wahrscheinlich. Die, die sie... Die, die sie... Ist das vielleicht die Oma? Achso, ne, die ist am Telefon. Okay, dann können wir nicht sehen, wer das ist. Achso, ein Anrufsbeantworter, glaube ich. Oder so. Ja! Oh! Still... Steffi, das Mikrofon! Entschuldigung! Na! Ja! Mh! Dann... Adam gibt die gleich wieder nach dem Deckel. Ich tu, ist noch ein Druck. Du bist da! Gib mir n Kuss! Oh, wie sie sich freut. Oh, ich will sie mal weg hier raus, verpissen wir uns bei. Und gleich vor der Tür. Hi, bitch, you're not gonna leave this shit. Nee. Vielleicht kannst du sie nach Hause bringen. Oh, wie du... Lass uns zusammen nach Hause gehen und du... Ich will so schnell wie möglich hier weg. Wie so ein Blitz. Es regnet. Natürlich regnet es. Warum sollte es nicht regnen? Natürlich regnet es. Ich meine, water and shit. Wo ist mein Boot? Steffi, du bist auch da langgelaufen. Oh Gott, das ist ganz am anderen Ende. Du musst da hinten rechts, ist, glaube ich, das Boot. Schnell, schnell. So, du bist da lang, dann nach rechts. Ist auch noch Gewitter. Ja, dadurch. Schneller, schneller, schneller. Nothing can stop me now. Nach rechts. Don't stop me now. Nach links. Rechts. Nach rechts. Dann wieder links? Ja, jetzt wieder links. Dann wieder links? Dann wieder links. Ja. Schneller. Ich bin überdacht, ich kann gar nicht last werden. Stopp. Zurück. Nach links. Ja, ja. Dann nach rechts. Ist sie sogar noch hinter mir? Babe? Ich höre sie irgendwo laufen. Sie hängt wahrscheinlich irgendwo fest. Okay. Aber sie kommt, oder? Ja, ja, sie wird schon kommen. Ja. Okay. Ja. Mal auf. Und dann am Ende des Kapitels, keine Ahnung, Ziel fehlgeschlagen. Und du hast sie sogar zurückgelassen. Ja, das ist richtig. Jetzt nach links. Go. This way. Move. Wow. Move your fucking ass. Übrigens, bei uns regnet es auch momentan. Voll ekliges Wetter. Boot. 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 Go. Go. Wow, das war ziemlich einfach. Zu einfach. Nimm Miko. Oh. Es ist ein Bier zu Hause. Yes. Oh, ich denke gerade, sie hat die Handschellen. Kinky time. True. Ah, doch, guck mal, sie hatte dieses, die, 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 das Geister, die, hatte, ja, ich weiß, was du meinst. Okay. Oh Gott, sie sieht voll creepy aus, als ich schon immer so creepy. Ich verstehe immer nicht, wie kann man so stehen. Was ist denn das? Ist das jetzt Rückblick? Ja, ich glaube, das ist damals, als sie, und das ist jetzt genau andersrum. Mhm. Als Hisoka Yuri gerettet hat. Und jetzt hat Yuri Hisoka gerettet. Was, dass der Tee warm ist? Wow. Wow. Doch jetzt, wo ich ein Stück warmen Tee, einen Schluck warmen Tee hatte, will ich nicht mehr springen. Wuhu. Was ist denn das für ein magischer Tee, bitte? Aphrodisiakum. Hör auf dich über den Tee, das ist eine Metapher. Mann. Sorry, I can't. It's just a stupid. Oh, no shit, girl. Kannst du dir keinen eigenen Spruch ausdenken? Ihre Haare, was ist das? Super Saiyajin? Nee, noch nicht. Wir sind ja gerade dabei. Yuri betrat das Boot der Überfahrt und wurde zum Schrein im Wasser gebracht, dem letzten Ort für Priesterinnen, bevor sie zu stützen wurden. Yuri fand Hisoka im Innern des Schreins und brachte sie sicher wieder zurück ins Antiquitätenladen. Ins Aquarium. Die Beziehung zwischen den beiden wurde dadurch noch weiter gestärkt. Oh, wow. Also. That's it, right? Ja. Oh, eine Stunde, vier Minuten. It's not it? Nein, nein, das ist nicht das Ende. What? Dann denkst du, das Spiel ist jetzt vorbei? Ja, ich hab nicht so gehört, das reicht doch. Das Spiel ist doch, hallo, wir müssen, der Berg hat jetzt keine Stütze. Oh shit, you're right. Oh fuck, you're right. Oh no. Oh, wenn die nochmal abhaut, ich schwör dir, ich bock sie nicht. Ihm, Mann, ich hab gerade ein poliskomische Geräusche. 13. Halte die bösen Geister davon ab, in den Laden zu kommen. Great. Mit Hermit Ren. Mit dem uselessest Charakter ever. Der ist, na, obwohl, nee, wie heißt die andere Ische? Eriu. Yuri ist noch schlimmer. Ja, die steht nur im Weg und fuck ist das Shit. Diese Shit. Oh man, oh. Aber wir haben noch drei Minuten. Ja, komm, wir können ja anfangen. Wir können ja anfangen. Rui, Mio, Miko, Hisuka und Yuri sind nun alle vom Mikami-Berg zurückgekehrt. Die dunkle Sonne ist ihnen gefolgt. Der Berg wird sie nicht so einfach entkommen lassen. Warum muss Ren sie ganz allein beschützen? Was ist denn das? Oh, der Mann muss jetzt alle beschützen. Oh. Ich glaube eher, weil alle sonst K.O. sind. Ich meine, Mio und Miko sind... Nein, ich denke mal, das Problem ist eher, dass es Frauen sind und Frauen Priesterinnen werden, das zu stützen und keine Dudes. Dudes sind ja nur die, die geheiratet werden und dann useless mit einem... In der Kiste liegen. Deswegen, der Berg will ja nicht ihn. Stimmt. Ja, dann soll er das mal machen. Aber ich meine, hey, Rui geht doch auch als Männlein durch. Ja, weil die eine da so weit hinten in der Zeit ist, dass sie das nicht checkt, dass Frauen auch gut Saare haben können. Ach ja, okay, gut. Ja. Wir haben 30. Nice. Ey, wir haben... Ich glaube, wir brauchen... Wir haben 30 was? 30 Kräutermediziner. Ja, ja, das reicht. Ich glaube, wir brauchen... Wir sollten gleich mal... Guck mal, wie viele Punkte wir haben. Wir können, glaube ich, gleich Stuff aufbessern. Oh, voll das schöne... Obwohl nicht so schön ist, das sind Geister, die vor dem Fenster stehen und da sind überall Haare, also das ist nicht ganz so schön. It's not beautiful. It's not beautiful. It's... Rui, Miu, Miku, Hisuka... Rui. Rui, Miu... Rui, Miu, Miku, Hisuka und Yuri sind alle in einem ungewöhnlichen, tiefen Schlaf gefallen. Natürlich sind sie das! Oh, I'm so tired, I'm gonna... It's you. Oh, it's me. It's little... Renn fürstet, dass sie in diesem Zustand leicht an... Also wird es Zeit, erneuert die Überwachung so. Nein. Ich, nein, weißt du, warum? Das ist voll cool. Nein, 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 warum? Warum? Ja, warum was? Hat er nicht diesen Raum, wo die Überwachungskameras sind, ne? Warum stellt er da nicht die ganzen Betten auf und trägt die ganzen Weiber in einen Raum? Das wäre sinnvoller, oder? Ja. Ich meine... Es ist ja dieses typisches Horrorfilm-Szenario. Wir sollten uns trennen und schlafen. Ist ja nicht so, als würde der Geist des Bergs versuchen, uns umzubringen. Wir gehen jetzt alle schlafen und trennen. Der kriegt jetzt schon ein... Ist ja nicht so, als hätte er es schon mal verkackt. Ihr hättet gerade ihr Gesicht sehen müssen. Vor allem das Ding, was mich am meisten triggert, ist halt, die haben alle mit Geistern zu tun. Wirklich alle verfickt nochmal, sind seit dem ersten Teil... Asserui. Ja, und wir wissen nicht, wie lange die schon mit Geistern zu tun haben. Ich meine, die könnten ja... Nein, sie ist doch nur der Assistent von Renn. Whatever. Die kennen sich alle damit aus. Hier macht doch mal so einen Scheiß, wo du gerade meintest, alle in einen Raum, da macht hier dieses Salzstreuen, Weihwasser, was weiß ich. Haltet die doch irgendwie ab. Das ist nicht supernatural. I don't fucking care. Alter, ich hab so gelacht, mir ist Rotz aus der Nase gedingt. Macht mich das wahnsinnig. Renn weiß genau, dass er herausfinden muss, was auf dem Ikami-Berg vor sich geht, bevor ihn etwas... einen Besuch abstattet. Ja, was wohl? Ja, die Bitch... Brautigram. Brautigram. So, wenn da jetzt eine Sequenz kommt, dann machen wir die noch. Ansonsten beenden wir jetzt gleich die Eha-Sequenz. Boah, was ist das? Puffhüttel? Könnie bitte in einem Bett schlafen. Alle? Nein. Hör mal auf zu popeln. Popeln nicht, es juckt. Juri und Yisuke. Guck mal, er guckt voll. Die Sonne, achso. Es ist die rote Sonne. Es ist die Puffsonne. Oh man. Sexy time. Och Manu. Ey, es macht mich so aggro, die könnten alle locker in einem Zimmer schlafen. Oh, wie schläft sie denn? Draw me like one of your French girls. Boah, sie hat voll die komischen Schrumpfhosen an. Ja, wir müssen mir egal, ob die zusammenschlafen. Wie darfst du die anderen zusammenschlafen? Ah, aber ist voll süß. Achso, wie schläft die denn bitte? Das bin ich. Ich bin gerade gerade voll geredingst. Oh, oh. Gib ihm ruhig. There you go. Die ist mir am wenigsten an Herzen wachsen. Ja, oder rennen. Aber er ist nicht... Oh, die haben sogar ein WC im Laden. Voll nett. Das Licht. Es könnte ein Zeichen dafür sein, dass sonderbare Dinge auf dem Hikami-Berg vor sich gehen. Irgendetwas könnte wieder auf dem Weg hierher sein. Ich sollte ein Auge auf die Bewachungskameras werfen. Ey, Mann. Wow. So. Dreh dich mal um. Warte. Kranz. Ja, das ist der Teppich. Der, 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 der ist... Das hatten wir schon mal. Dass der so eklig nass ist? Ja, der ist so eklig... Ey, der ist so eklig weg. Ey, die Haare sind weg. Hm. Makes no sense. Wo sind die Bewachungskameras gewesen? Warum habe ich so einen hässlichen, schwarzen... Ja, damit es... Wir sind hier. Ja, eigentlich müssten wir die Aufnahme beenden, ne? Ich muss ihn besiegen. Oha. Aber wir wollten doch die Kamera aufpeppen. Ja, aber ich muss ihn erst besiegen. Naja, genau. Links und rechts. Wir besiegen die jetzt. Fark ist in drei. Wir besiegen... Du besiegst die jetzt. Das schaffst du schon. Und dann werden wir die Aufnahme beenden. Und in der nächsten Episode erstmal die Kamera aufwerten. damit wir ein bisschen... Ich meine, er ist wirklich der mit dem wenigsten... Shit, hab ich nicht gesehen. Sorry. Er ist halt wirklich derjenige, der mit dem... Am wenigsten... Mit den Geistern... Also, am wenigsten spirituell ist. Er hat zwei Dudes und eine Ische. Warum schießt der nicht? Oh, Jesus. Boys, girls, stop it. Oh, easy, eklig. So, sonst hätte sie keine Augen. Oh, geil, Doppelkin. Ey. Don't be mean. Okay, er ist tot. Fuck, einer ist weg. Oh, vier. Es sind noch... Wieder drei. Alter. Vorsicht. Oh, scheiße. Man, die sind überall. Holy Mother. Geh weg. Wie ein Kakerlaken. Oh, fuck. Man. I can't do shit. Ist du nanny? Ah, da ist noch einer tot. Kannst du ihn antifassen? Oh, er ist nicht tot. Ey. Muss ich da rein? Ja. Oh, du bist ganz nass. Vielleicht laden die sich dadurch wieder auf. Weißt du? Wodurch? Nein, durch dieses Leuchten. Na, guck mal, sie leuchtet. Und eigentlich müsste sie ja dann draufgehen, aber es tut sie nicht. Ja, aber ich kann nichts anderes machen. Muss sie ja bekämpfen. Ich glaube, sie ist tot. B. Ich bin nass im Wischen. Konnte nichts machen. Äh. Fuck. Ich bin nass? Okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt sinnvoll ist. Nee, es ist nicht sinnvoll. Eigentlich regnet sie drüber und ich. Nee, aber die machen dich so nass. Move, 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 move. Zwei noch. Noch zwei. Okay, okay, I can do this. Drei. Da ist ein Dude. Da. Ja, zuerst. Bye. Vorsicht, aber rechts von dir müsste auch ein Dude sein. Das ist, glaube ich, die Ische noch. Nee, die Ische ist da. Da. Siehst du? Sag ich doch. Oh mein Gott, ich bin voll, äh, gespannt. Ja, same. Äh, eigentlich ist es nicht so, weil gegen die haben wir schon 30.000 Millionen Mal gekämpft. Ja, aber wenn so viele auf einmal in so einem kleinen Pickraum sind. Ja, vor allem, ich meine, an sich wäre es kein Problem, wenn der Raum so klein ist. Das ist, das Schlimme ist eigentlich, dass da überall das Zeug rumliegt und wir immer aufpassen müssen, dass wir nicht gegen irgendeinen Shit laufen. So, ich glaube, da ist wieder einer tot. Einer noch. Poli shit. Voll creepy, erst wenn sie so ganz langsam laufen und dann werden sie immer schneller. Nein. Ja. So, kannst du den jetzt anfassen? Oh, schiss. Fuck. Fuck. Mio und ihre Mutter schlafen in diesem Raum. Okay, dann machen wir jetzt bitte Pause. Ja, warte. So an der Tür, dass ich direkt reinrennen kann. So. Jesus. Okay, Geist. Sorry wegen der Überziehung und so. Wegen dem Endspurt, Alter. Ja, es geht jetzt los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Wup, 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 wup. Und wir sind erst drei Minuten in dieser Fick-Episode und dann haben schon fünf Geister getötet. Wup, 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 wup. Und schau dir mal unsere Points an, Alter. Zwei, äh, vier und, äh, vier und, äh, vier und, ne, warte mal. 243.131. Ja, da müssen wir auf jeden Fall. Wir werden auf jeden Fall gleich richtig sweeten Shit mit unserer Kamera machen. Aber wie gesagt, das machen wir, wenn wir wieder vereint sind. Mit euch. Tschüss. Tschüss. Äh, like, comment und subscribe.